Hallihau, Freunde! 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 Oh mein Gott, ich kann es nur immer wieder wiederholen, so ein Treffen ist einfach bombastisch. In dem Fall kannte ich die ganze Truppe schon, ein, zwei Leute sind neu dazugekommen. Ich habe sie euch auch alle unten verlinkt, alle an die ich mich erinnern kann und alle, die einen Instagram-Account haben, habe ich mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da könnt ihr euch die Busse vielleicht nochmal genauer angucken. Denn in so einem Video hier kommt natürlich alles nicht ganz so rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Da muss ich immer gucken, dass ich alles ein bisschen kürzer halte. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Alleine das Video danach zu schneiden war einfach unfassbar. Das sind Erinnerungen, die hält man sonst einfach nicht fest. Und das Ganze könnt ihr jetzt hier verfolgen. Und ich kann euch nur sagen, fahrt auf solche Treffen. Egal, ob euch das gefällt, dass da viele Busse sind oder nicht. Es ist einfach dieser Zusammenhalt, der in dieser Community herrscht, ist einfach gigantisch. Und dazu könnt ihr euch dann auch noch viel Inspiration holen bei anderen Leuten, bei anderen Bussen und einfach mit vielen, vielen Leuten sprechen. Auch bei mir wieder war es so, einige kannten mich natürlich und haben sich dann das Hochtach angeguckt und waren so beeindruckt. Und das ist einfach so schön, wenn ich das auch mal live sehen kann und nicht nur in den Kommentaren. Aber egal, ihr schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt von dem hier innen, ihr seht es ja in jedem Video jetzt quasi wieder, dann bleibt auf jeden Fall dran. Das Video ist in Bearbeitung und ich hoffe, es kommt sehr bald raus. Für mich war das das vorerst letzte Treffen dieses Jahr. In der Größe zumindest, natürlich privat oder auch mit ein paar mehr Bussen, werden wir uns bestimmt nochmal treffen. Aber ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen oder vielleicht auch beim nächsten Treffen im nächsten Jahr, vielleicht auch in diesem Jahr. Wer weiß, was passiert. Und dann wünsche ich euch einen schönen Restsonntag und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also haut rein!